Wenn er spawnt, fällt er immer runter. Außer! Nein! Fuck! Morgen Jungs und und Mädels. Willkommen zurück. Genau, ich spiele jetzt an dem Spielstand von ihm weiter. Der hat mich schwer traumatisiert. Oh, da ist er schon. Primary method of hearing praise the imitation of human speech. Alter, der spricht wirklich. Dann war da keiner, sondern der war das. Ich hab das ja gedacht, man. Der spricht das ja richtig. Beiß in den Schädel oder in den Nacken. 35 Megapascal. Post Grau. So, bist denn du jetzt lange gegangen? Oh, ich bin auch kurz mal getränkt. Ich hab nach dem letzten Strahl noch so da ich den Blutgeschmack in der Gehre. Der hat echt voll weg getan. Wo bist denn du lange gegangen? Warte mal, warte mal, warte mal. Da hast du immer als erstes gestorben, ne? Lass es mal, ich lass es jetzt mal. Dann sind wir gestorben. Also, wir sind so gekommen, dass die Brücke links war. Auf jeden Fall. Ja. Da ist die Sound. Kommt man noch nicht rein. Du musst jetzt mal vornig mal hergekommen sein. Nein, vornig mal hergekommen sein. Oh, guck da sind wir hergekommen. Oh, guck da sind wir hergekommen. Persönliches Pech heißt das. Guck, da ist kein Fahrstuhl längst. Das ist ein einfach CO oder das was. Das ist ein anderer Rumor. Das gibt's da auch. Oh, das ist vielleicht das andere Ende, hm? Von unserem neuen, coolen. Fahr runter. Ab geht's. Ab geht die Poche. Hier würde ich halt nix bahs ja. Muss was anderes sein. Das schaut genau so aus. Ja. Hast du gehört? Das ist, ja, das ist das andere Ende. Da ist er. Was? Show Yourself? Alter, wo mal ganz nah hin? Manns, woh, 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 oh, woh, woh. Woh, woh, woh. kommen kannst du nicht was anderes 2 ja leck mich krass sind halt echt vier oder dann ich glaube zwei ja das stand ja oder wir sind es vier und zwei davon kommen kommen oder verstand da ich muss auch trinken oder wahrscheinlich zwei sind zwei von vier sind gekommen also irgendwas das gibt es anscheinend vier vielleicht noch einen anderen also zweistens jetzt mindestens haben jetzt gesehen vielleicht gibt es noch welche die contain sind als die noch in ihrem eigentlichen das eigentlich das in raum da unten ja keine ahnung so ein leitungsraum oder wir müssen jetzt noch noch ein ding finden nach meinen fort hin sonst kommen wir nicht weiter ja auf jeden oder wir können noch ein spaßeshalber der leistung kommen da war das vielleicht hat es wurde es ja auch geändert das heißt mindestens eine der wird obwohl wir brauchen mindestens 12 also müssen diesen sdp 113 raum finden da sagen dieser glaswand ich fühle mich ganz wohl da kam er doch her da sind wir irgendwann mal durchgelaufen glaube ich ja da kann das sein habe ich gespeiert bevor ich zettel hingeschmissen habe ich habe keine ahnung gehen wir doch lieber noch mal zurück genau da bin ich ja gestartet in der vollzug die jetzt kommt ach shit was ist denn das was machst du eine ahnung also ob es unter durchzukommen und es geschafft doch kein winder bis wieder ich weiß nicht so lange die grenzen aber du hast noch keine alte mit grasmaske oder so die weshalb erleichtern weil ich glaube vor der anderen fachstuhl erreicht dann ist man ja alle ich glaube nicht ja wir kommen zumindest woanders hin ja kaum geht auch zu das ist schon nix ah ok was heißt das jetzt das habe ich am anfang geworfen das heißt da sind wir ursprünglich also nicht ganz ursprünglich da gehst du zum anfang zurück weil du kannst da lang gehen ja weil dahinten da ging es dann glaube ich zu dem anderen eingang von diesem roten 939 ok ok passt auf ich weiß nicht wo wir davor waren davor habe ich alles vergessen ich habe kurzzeitig nicht so einen impuls bekommen der blutfleck hat mich wodurch überladen wurde jetzt sind wir ganz am anfang ja shit ich glaube von da ist man her gekommen ne von da ist man her gekommen das heißt ja das ist der erste raum dann können wir jetzt ganz am anfang mal links gehen jetzt links genau das ist komplett ein anderer weg da muss jetzt irgendwas wichtiges sein oh da ist auch für einer da ist die keycard ja ja man ja man er ist drin junge er ist drin deutsche schießt ja nimmst du mal der ding ist da noch oder nicht was denn der liebster und du bist du deutschland stirb ich sehe auch nicht da also nicht so eine schädte animation gesehen und da und dahinter das glas doch noch da habe ich mir das jetzt so eingebildet in dem moment wo du gebrinzelt hast und danach wieder was gesehen hast sah das so aus als ob da so so teile von scherben vom glas runter fallen aber das glas war noch da und es gab halt keinen shatter sound ihr zuschauer habt ihr jetzt einfach ihr könnt jetzt einfach den regler unternehmen und euch das nochmal angucken ja aber dieser aufzug kommt voll off ja komm vielleicht kannst du mit irgendeinem dann runterfahren Improved sound effects and ambient sounds ich sage es mal wieder das heißt rendering naja ob das so optimist ist das läuft unten nicht nur so gut mehr memory access violations wenn opening a computer screen fix the gate aramesh loading bug the double equip sound less copyright infringing scp 895 images das ist der coffin Bersack also da ist wieder einer der ist anscheinend öfter statt normale Gänge eingebaut worden fügel wie möglich Prozent da kommt war mir schon wenn es dieser Raum der Brücke ist eine kann er gar nicht sein 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 raw raw insert it man schaut immer noch genau so aus jetzt ruckelt aber der Kummer hoch an die Decke weil irgendwer hat auch gemeint dass der immer höher wird oder zeig die Version an ich schmeiß jetzt hier mal was rein ja guck mal ob man jetzt wieder hier mehrere Items übereinander schmeißen kann ne ja shit keycard where are you keycard ist weg tschüss kann ich sein mach nur clip und suche echt jetzt nö oh komm es ist das schon mal ein bug im Prinzip oder was ist das für eine behinderte Idee dass er das deaktiviert dass man keine Items übereinander stapeln kann vielleicht kommen sie mit raus wäre ich immer Glück das ist zwar unwahrscheinlich aber die Chance liegt bei 5% sag ich kannst du mir den Rechenweg auch zeigen? ne ne das ist zu kompliziert ich hätte vielleicht speichern sollen naja egal ja besser nicht ohne Keycard aha die sind wirklich mit rausgekommen du hast in der Level 2 auf jeden Fall ja welcher hat sich jetzt verwandelt kann man jetzt nicht genau sagen nein ich glaub dir ist die Level 1 zu 2 wurde und die 2 wurde zu better ja macht die wenn du die auf 1 zu 1 machst dann wird die zu einer Level 2 Karte ja ich würde die Level 2 Karte einfach fein ich sage jetzt doch mal ja dann dann mach doch es ist demnächst wir brauchen nur Level 3 damit wir durch den durch diese vielleicht wenn es nicht geändert wird nein es steht doch drauf steht nicht immer alles da macht die Playing Card 1 zu 1 das ist von Level 2 und die Level 2 kann sein und verifinen ver verifinen wenn man sie in die Hose geht hast du immer noch eine Level 2 Karte nimm wieder zum langweiligen Teil da war grad hier 372 ja das war so in der Luft irgendwie verkrass ich finde dieses ACP sehr cool aber das mit den Karten ist echt das ist schon echt öde man 2 very fine very fine nein du hast doch 2 mach jetzt einfach ich mach nie very fine vor allem wo ist sie jetzt wieder hin ist ja wurscht sie kommt wieder raus very fine ach hat er das vielleicht jetzt gemacht das ist egal wo du sie hinschmeißt das ist immer mit drauf du kannst doch mit fein genauso versammeln das haben wir doch jetzt rausgefunden ja und jetzt hast du es geschafft wo kommt denn der aus der Decke glaub ich da aus dem ich aktivier's los schnell schaust du nicht mehr AHHHHH der kommt schon Fänze nein ah ich hab die KiKart fuck Leute was mach ich da kommt sich jemand man wo ist er denn ne Ahnung jetzt kommen wir von irgendwo Leute was mach ich hä geh auf du kannst einen Schalter da ist ein Notenblatt waaah die Tür geht zu da war man jedenfalls noch nicht vielleicht kommt er von vorne ich kann nicht mehr rennen oh Gott oh Gott das ist die Gasmaske das du noch very fine machen musst waren wir da jetzt wieder ne ich glaub nicht nein geil die Double Penetration Junge ich glaub nur geradeaus der ist immer noch der hört nicht auf man darf verfolgt mich jetzt eben kann man den noch abhängen ja kann es sein dass der aus dem Fan gejumpt ist der kam einmal hier in dem Gang einfach ja aber da ist nicht auf dem Fan gejumpt der kann auch so einfach mal legen da ist ja auch einfach nicht aus dem Lüftungsstab das ist ja auch einfach nicht aus dem Lüftungsstab dann ist der hier auch nicht aus dem Lüftungsstab gekommen doch der ist ja richtig von oben runter gefallen hundertprozentig ne der fällt immer runter wenn er auftaucht weiß ich schon mal gemerkt wenn er spawnt fällt der immer runter das kam überraschend man ach du schade Junge Junge fuck der wills halt wirklich wissen zum Glück bin ich nur geradeaus gerannt ja aber gar keine Keykarten mehr wir müssen also zurück um irgendwie weiter zu kommen ja macht er nichts jetzt sind wir schon da ja so gucken was du jetzt hast im Output hast du den ja angeworfen oh jetzt hast du es corrupted ja weil ich raus gerannt bin wahrscheinlich ha 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 jetzt guck mal auf die Zahnräder auf na na wär zu schön gewesen jetzt da mal eine Animation gäbe ne oder unsere Keycarts sind weg alles weg hat er mitgenommen hey das ist ja jetzt ein Witz oder eigentlich schon und jetzt Bug report Bug report was macht man denn kommt nicht weiter so hast du gespeichert aber wir haben doch bevor wir die reingeschmissen haben dann kommt aber schon wieder quitt ja und load du musst halt diesmal was macht man diesmal dann die Karte nicht rein ja nicht reinschmeißen sondern warten bis er kommt und dann die Karte ist halt das bringt nix es ist immer verkackt jetzt haben wir doch gesagt dass auch bei feilen ist die Chance genauso hoch dass es das ist verkackt also deswegen können wir auch gleich verifying machen das waren sogar deine Worte ne sonst nicht klicken jetzt nicht die Worte in den Mund aber wenn es klappt dann haben wir gleich noch um die Karten dann geht es viel schneller als wenn du da jetzt da zehnmal hin und her probierst dann kommt jetzt nämlich wieder alles und so verifying hat nie geklappt natürlich ich hab immer wieder mal mein Feind ist die Chance glaube ich genauso dass es verkackst aber wenn es wenn es geht dann ist es halt immer nur mal ein Level und bei verifying ist es halt gleich ganz ganz oder gar nicht gespeichert wir haben eine Level 3 Karte und können jetzt hier durch Achtung und hier wenn du da durch die Checkpoints ist auch ein Checkpoint-Room oder? ja oh ansonsten irgendwas neues ja die Sound gab es schon länger was stand da? ah ich hab die Gasmaske nicht rein da A brief music clip is played when going through the checkpoints wo ist das? oh da kommen wir ja nicht rein oder nein selbst wenn dann bringt es nichts weil wir nicht mit dem interagieren können sondern mit der Control das machen wir jetzt? wir können ja nicht reinlocken weil sie kommen vorbei wenn ich ihn reinlock das hieß das ist schlecht mit der Gasmaske ja tot 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 wow wir machen jetzt zu wir haben die Gasmaske geweckt ja der ist mit dir nein da ist doch der ding oder ein stück weit geht es kommen mit der kommt nicht die flucht bringt er ist doch so in der sound kann ich ja nicht abhängen ich glaube es geht fast auf zeit bei den medienzahn hast du noch weniger weg zu spielen da läuft er immer im kreis bis irgendeine gewisse zeit jetzt kommt er von der seite oder das ist ganz cool wenn das nicht mal so ein bisschen porten ja aber hier nicht hier nicht hier nicht hier nicht wir kommen jetzt ungefähr von 7 uhr glaube ich echt spinnst du alles weg soll jetzt jetzt wo sie man da am anfang als wir noch mal hätte ich gesagt zwei mal ja okay es lag jetzt daran geladen aber zweimal der schwarze normalerweise nicht speichern abgehängt da nichts neues in der folge außer diese ich würde sagen auch wenn wir jetzt dann aufhören dass wir immer also jetzt aber von weg ging es jetzt noch bald an der war jetzt ende weil da der computer aber seit wann ist er hätte ich dachte der elektrische waren darauf ist sehr tier jungen eine hand von einem sie konnte sie auch eben eine hand kann man ja sich wahrscheinlich selbstbestimmt also dass da voll entgegen was braucht man die gibt es vielleicht irgendwo so ein handscanner genutzt sie mal er gibt es richtig muss ein handscanner zu sein was mit der hand zu ende schreiben nein du kannst es nicht zu ende schlagen oder nein das geht nicht das ist das Ding wie schwer er glaub ich dagegen zu holzen naja was war der kipp fuck wir haben eine hand jetzt mal lassen wir überlegen das kann mit der hand anfangen ja das klingt schon plausibel mit dem scanner oder ist es genauso wie useless wie diese metallplatte was bringt die noch mal die bringt irgendwas ich hab's gelesen noch mal nachschauen die schützt für irgendwas du hast dich so behindert gedreht ja gut wir haben eine hand gefunden eine hand what the fuck nicht die hier aber so ins subscribe dann geht es weiter ja da wird man auf jeden fall noch erkunden an diesem spielstern mal gucken vielleicht ist er auch ziemlich verkackt einfach und das war einfach nur noch einmal einmal spielen wir dennoch ja mindestens also guckst wir kommen ja wir sind ja schon mal in die zweite zone genau bewährt nicht vergessen ich glaube die maps sind es allgemein ein bisschen komplexer auch wenn es schwieriger ist zu geld zu kommen wie es da drin steht muss das ja irgendwie so gebraucht sein ja gut dann wird geschmeidig und wir sehen uns beim nächsten let's play bis denn ja ty bis dahin